Die Welle der Gratis-Packs geht weiter. Ich zeige euch, welches DLC ihr euch derzeit kostenlos herunterladen könnt. Schon im letzten Jahr waren die Entwickler ein wenig spendabler als früher und haben das Mein erstes Haustier und Romantische Garten-Accessoire-Pack kostenlos rausgehauen. Und auch in diesem Jahr setzt EA das weiter fort. Diesmal ist es das im Jahr 2016 erschienene Gartenspaß-Accessoire-Pack. Einmal zugegriffen, könnt ihr es für immer gratis behalten und besonders erfreulich? Auf allen Plattformen könnt ihr dieses Angebot wahrnehmen. Alle Links findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Auch mein Partner Instant Gaming ist hier verlinkt, bei dem ihr auf verschiedenste Sims-Inhalte ordentlich sparen könnt. Gartenspaß zählt definitiv nicht zu den Must-Have-Packs und ist bei vielen auch vielleicht nicht auf der Top 3. Aber ich habe das Pack durch die sommerliche Atmosphäre und die großartige Cars-Auswahl ins Herz geschlossen. Trödelt am besten aber nicht zu lange, denn die Aktion läuft noch bis zum 13. April um 18 Uhr. Welches Pack sollte eurer Meinung nach als nächstes wegen der mangelnden Qualität oder Altersschwäche kostenlos gemacht werden? Also dann, bis zum nächsten Video!